Irre, hier drüber zu laufen und die Begeisterung der Leute zu heben, Schmerzen zu spüren. Die Welt ist weg, paff, nur noch Party. Sie freuen sich, uns zu sehen. Mehrbeats, das Motto dieses Mehrbeats ist ja, glaube ich, Hip-Hop. Miller hat gestern aufgelegt, von Miller, heute spielen die Fantastischen Vier. Und morgen, glaube ich, gibt es Fünf-Sterne-Deluxe. Alter, ist was geboten! Das Hip-Hop, mehr Meats, Beats, ist einfach total geil. Das war an der Burner, wir sind so abgegangen, so getanzt. Ein wunderschönes Erlebnis, auf allen Ebenen, mit allen Sinnen. Party, Rap, unsere Lieblingsbands und dann noch Luxusschiff, super. Der Blick aufs offene Meer, das fasziniert mich endlos. Wenn ich dann in der Kabine bin, im Bett liege, rausguckt, da ist der Balkon und dahinter nur noch das Meer. Was für eine coole Route, ein neues Schiff, Fanta Vier. Das ist cool, einfach cool. Ja, fantastisch. Sie freuen sich, uns zu sehen, aber ich glaube, Sie freuen sich auch auf Stavanga und den Rest der Reise. Tolle Landschaften, Bergen, wunderschön, auch zum Spazierengehen, zum Wandern, toll. Das ganze Paket ist natürlich abgefahren, das ist der einzige Konzertzahn im Umkreis von 100 Kilometern. Es ist auch schon die Reise wert. Dabei sein ist alles. Das Lut einfach einzubuchen. Wilde Nächte, gute Cocktails, gutes Essen und richtig, richtig gute Musik. Ich würde Meerbeats definitiv weiter empfehlen. Auf jeden Fall. Ich hätte es mir nicht besser erwarten können.